Vorsicht, diese Datei könnte schädlich sein. Und das Spiel stürzt direkt ab. Irgendwann kill ich meinen PC damit, ne? Cybercapture wurde aktiviert, sie haben eine sehr seltene Datei entdeckt. Kill ich meinen PC damit, ne? Okay, es geht schon gut los. Ich weiß schon mal, welches Spiel ich nicht spielen will. Some game I found on the street now I giving it away for people to play. Supposedly it's not a bad game. Irgendwann kill ich meinen PC damit, ne? Ich weiß schon mal, wie ich meine PC damit mache. Was zur Hölle? Pussmann, Pizza. Läuft. Was zur Hölle? Nur nicht in Panik geraten. Nur nicht in Panik geraten. Bitte mach mein PC nicht kaputt. Der steht da oben in der Ecke Victor. Ich heiße nicht Victor, ich heiße Kegi. Alter, ist das laut! Level 99 und ich hab's 666 Mal gespielt. Continue, Reset. Ich hab doch, ich hab gar nichts davon gemacht. Ich hab weder das Spiel gespielt. Ich drück einfach mal Enter. Oh mein Gott, ist das laut! Charakter, ähm, ich nimm mal das kleine, hübsche Mädchen. Alter, ist das laut! Oh, oh, es ist weg. Okay, ich kann laufen. Da ist ja schon mal was. Irgendwie kommt mir dieses Mädchen bekannt vor. Es ist bestimmt aus irgendein... Was zur Hölle? Was? Wieso wird mir der Crap jetzt hier geöffnet? Nein! Ich folge einfach bei dem roten Strich. Soll ich den Pfeilen folgen oder soll ich nach rechts gehen? Nach rechts oder den Pfeilen? Die Pfeile könnten eine Falle sein, aber die Pfeile könnten auch genau das Gegenteil bedeuten. Und zwar, sie wollen nur eine Falle darstellen, sind aber keine Falle und wollen mich in eine Falle locken. Also genau, im Gegenteil. Ich vertraue mal den Pfeilen. Der ist doch gar nichts. Hallo? Ja gut, dann gehe ich halt nicht zu den Pfeilen. Was zur Hölle ist das? Es ist ein ganz schön langer roter Streifen. Oh, okay. Hier kann ich nach unten, kann ich aber weitergehen. Ich hoffe nicht, dass es so ein Dingens ist. Okay, hier ist Sackgasse. Kennt ihr dieses Spiel, wo man so ein Labyrinth hat und wo man dann mit der Maus so dem Labyrinth entlang gehen muss und darf die Wände nicht berühren. Wenn man die Wände berührt, dann kommt ein Screamer. Und ich hatte gerade ein bisschen Angst gehabt, dass es genau sowas ist. Ja, dass ich gleich, wenn ich vom Strich weggehe, dass es gleich irgendwie mega laut wird. Aber es sieht wohl nicht... Ich kann nicht mehr weitergehen. Da ist etwas. Okay, ich kann einfach vorbei. Okay, gut. Da war irgendein Hindernis. Hier sind schon wieder Pfeile. Loading. Ich habe es geschafft. Und es öffnet sich wieder eine Seite. Was zur Hölle ist das? Soll ich jetzt diese Nummer anrufen, damit mein PC nicht geschrottet wird? Ich lasse das mal offen. Ah, lol. Ich muss den Code eingeben. Ah. Fertig. Check Code. That was it. Next Level. Okay. Der ganze Spaß ist immer von vorne. Nice. Funktionieren diese Pfeile immer noch nicht? Immer noch nicht. Gut. Ich habe den Spaß meines Lebens. Ich hoffe, mein Computer auch. What the fuck? Ey, ey. Bleib stehen, Mädchen. Okay. Ich verstehe das Spiel nicht. Und jetzt bin ich wieder angekommen. Diesmal passiert gar nichts. Soll ich vielleicht doch dem Mädchen hinterherlaufen? Ich hoffe nicht, dass... Hallo. Fick dich doch. Nein. Ich bin kein Sonic-Exer-Scheiße. Mein Gott. Da pusht der Spaß einfach mal sein eigenes Video oder so wahrscheinlich. Was ekliger. Ich komme, mein kleines Dubelchen. Dubelchen. Okay, hier. Hier ist der Ausgang. Okay, das war mir ein bisschen zu schnell. Da stand Close the Game Quick. Fuck. Ist das jetzt wieder das erste Level? Bitte sag mir nicht, dass das wieder das erste Level ist. Es ist wieder das erste Level, oder? Ja, es war wieder das erste Level. Ich habe einen neuen Code. Okay, ich werde schon diesmal eine Hand an meiner Maus haben, damit ich gleich ganz schnell das Spiel beenden kann. Wo bist du, Dubelchen? Ich komme und hole dich. Ah, ich kriege nicht. Okay, ich bin bereit. Meine Maus ist schon auf dem Kreuz. Ha. Success. Ey. Uh. Nächster Charakter. Diesmal im wunderschönen Himmel blau. Oder Wasserblau, oder Submarinen, Submarinen, Ultramarinen, Violettblau. Funktionieren diese Pfeile diesmal? Diesmal funktioniert es. Okay, ich habe immer noch die eine Hand. Your Code number four. Okay, dann muss ich jetzt einfach die vier rausnehmen. Ah. Habt ihr den Spaß meines Lebens? Yay, that was it. Next Level. How many digits were there in the puzzle you just completed? Die vier? Ne, gar nicht. Fünf waren das. I'm confident. Something I'm confident. Okay, hab ich es jetzt geschafft? Der letzte Charakter. Wenn wir das schaffen, dann habe ich vielleicht meinen PC noch gerettet. Hoffe ich. Diesmal im hoffnungsvollen Blatt grünen. Uh, die Linie ist dicker geworden. Ich habe Angst. Bitte tun Sie mir nichts. Ey, das... Hier kommt doch gleich irgendein Jumpscare-Scheiß. Was? Hey, hey, hey. Die ist von alleine gelaufen. Hä, ich habe nichts gemacht. Ich kann nicht mehr nach oben. Oh, lol. Das ist ja voll das krasse Zelda-Dungeon-Rätsel hier. Ich brauche meine Pfeile, mit denen ich dann das Auge abschießen kann. Und dann ändert sich der Pfeil in die andere Richtung. Okay, da ist der Ausgang. Alles weiß. Und das Spiel geht wieder aus. Und wir starten zum zehnten. Alter, das Spiel neu. Continue. Muss ich jetzt resetten? Hallo? Das geht nicht. Okay, ich resette. Punkt, Punkt, Punkt. Und da oben steht what? Oh, you beat the game already. Looks like there is no more content out of this game for you anymore. Well, maybe there is. You may have noticed an orange door that you weren't able to... Yeah, try beating the game one more time. You might be able to reach it then. Ahhhhhhhh! Tu ich mir das jetzt wirklich nochmal an? Es geht wirklich von vorne los. Bullshit! 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 Der blaue Scheiß schon wieder. Bullshit! Bullshit! Fünf... Bullshit! Jetzt mal schauen, ob uns das Spiel verarscht hat oder nicht. Jetzt bin ich gespannt. Oh, es geht wirklich. Vielleicht haben wir doch keinen Pfeil und Bogen gebraucht. Ich trau mich nicht. Tem is watching you. Und wieso steht da Victor? Ich heiße Keggy! Ja, und jetzt? Ist mein PC jetzt safe oder nicht? Hallo! And click to restart the game completely. Nein! And click to restart the game completely. Nein! And click to restart the game completely. Nein! Fuck, der PC ist aus. Fuck, geh an! Geh an! Geh an! Geh an! Und jetzt? Hä? Jetzt war doch das Licht! Was passiert hier? Puh! Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020